Ester frag mich nach Feature, ey, das ist Skordi, Taube Tee, Sieger bin Sieger, wenn das macht! Ey, die Flügelwappen-Logo-Fan überfährt den Polo-Van, die Düssel-Lappen-Yolo-Gang, mehr Promos, gern je Bono-Fans, right? Und weil alles andere keine Wirkung hat, kommt er hier nochmal, der vom Vierteltag. Break-Body-Bitch-Blob, wir richtig dick ork! Dieser Mario-Move wie ein richtiger Babo, der wirkt wie ein Autist ohne Inselbegabung, mit Nuket, da überdenk ich lieber meinen Medienkonsum. Und wie über Menschen, inkognito, und der Cock nicht groß, jetzt macht es für mich Sinn, dass dieser Dorn nur in Klamotten duscht. Dann wird abgeschleckt, und schon spürtet er nen Tsunami in sein Vasterbett. Scott steckt im Bett und trifft es wie die Junghosen, er macht erst den Mauch mit seinem Fieberthermometer. Erst in den... Dann wird abgeschleckt, und schon spürtet er nen Tsunami in sein Vasterbett. Conny schmeißt Johnny aus dem Fenster und er erscheint hoch, doch kommt er weg wie ein Zombie und postet sich Weißbrot. Beats sind Geschmackssache, aber der hier geht mit mies auf den Sack, ja der ist mies aus dem Kack.